Alles blau, fertig. Blau, schwarz, meine Absicht. Sobald blau wieder fit ist, macht er das verwundetennest bei dir. Du hast ja einen Karteifer. Äh, überschlägt dich. Du hältst. Kommen. Schwarz, verstanden. Wir halten bei verwundetem Klammelnest. Kommen. So, Alfred, du kannst. Blau, verstanden. Gut, blau, wir bewegen uns linkseitig an dem Gebäude vorbei, vor zur Mauer. Er leckt mich fertig. Check. Schwarz müsste hinter der Mauer irgendwo sein. Bitte? Schwarz müsste hinter der Mauer irgendwo sein. Ja, schwarz ist hinter der Mauer am Gebäude, im Gebäude. Ja, Sicht. Okay, wir springen an die linke Seite des Gebäudes. Check. Wir gehen in diese Richtung, wir folgen blau. Schwarz, wir sind an eurer linken Seite am Gebäude. Sehr schön, sie sind im Gebäude. Check. Wohin habt ihr Sicherung? Und wo habt ihr letzte Kontakte gehabt? Südwest steht Hauptsicherung. Counter, vier. Letzte Kontakte? Äh, beziehungsweise Darn in die South-Ecke, da ist dein Schwerpunkt. Keine Alpha-Eig. Keine letzten Kontakte, verstanden. Es soll ein Alpha-Eig geben. Das ist ein schwarzer Haus bei einem guten Sachs-C. Ja, das machen wir auch. Alpha-Mike hier an die Gebäude-Ecke, du sicherst mir bitte die Straße runter. Hab ich. Gut, der Rest, wir springen durch das rote Tor rüber zu dem braunen Gebäude. Sprung. Und da ist er wieder, das Arschloch. Gut. Dran. Alpha-Mike bleibt noch an der Ecke. Ich öffne. Ich hab links. Sauber. Oh, fuck. Rechts gut. Ich geh rein, geh vor, geh rechts. Ich bugge. Okay. Bin da. Kannst du öffnen. Links gut, geh rein. Rechts frei. Links frei, Raum sicher. Check. Zweiter Raum, öffnen. Jo. Links sieht gut aus, geh rechts. Rechts sauber. Links sauber, Tür. Weitere Tür. Auf dem Fenster. Öffnen. Check. Rechts sauber. Rechts sauber, links sauber. Weitere Tür, Ausgang. Achtung, ich öffne. Er schaut gleich aus außen. Ich schließe wieder. Wir gehen wieder daraus, wo wir rein sind. Check. Alpha-Mike nachspringen. Ja, gute Post-Zone oben, auch egal. Wir gehen links um das Gebäude rum. Wir lassen uns nicht darauf ein, dass wir mit dem da herumspielen. Links um das Gebäude rum. Ja. Haben wir da ein Ausgangkreuz? Ich glaube, wir müssen raus. Das sieht nicht nach Ausgang aus. Gut, dann gehen wir hier aus dem Zaun raus. Äh, Bolzenschneider. Ja. Ja. Luxus, den dritten Erlauben. So, hier jetzt dann vorsichtig. Was ist denn, das ist eine Tafel zu, oder so? Ich habe da eine linke Seite selber. Check. Haben wir da vorne irgendwie Deckung? Ah ja, okay, da geht es ja weiter, klar. Ja. So, dann gleich weiter, dann sind wir ein bisschen tiefer gelegen. Wir gehen da zu dem Holzschuppen. Geh mal mitkreuz, ich habe die Ecke da. Gut, ist links ein Eingang, siehst du was? Äh, nein. Der ist wahrscheinlich auf der Stirnseite. Ja, zurück vor, gehst du rechts? Ja, ist halt rechts anstrahlen. Schau, schau doch nach links, ob da ein Eingang ist, ich möchte das vorher wissen. Check. Ich habe rechts. Ja, aber jetzt haben es zu. Check, gut. Ah, Kreuz Alpha Mike, ihr nehmt dieses Gebäude. Klar. Ja. Sebel. Ja. Äh, dort in Stellung an der Ecke. Check. Zu rechts. Oh. Wie ist das jetzt? Holzhütte hier ist klar. Gehen wir vor? So, ja. Genau. Aber noch kurz auf die beiden. Ups, 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 rechtzeitig. Hart rechtzeitig. 3-2-0. 3-2-0 irgendwas. Braunes Haus. Raunes Haus. Ja. Der Alexianer schlafen. Ist gut. Kreuz Alpha. Meldung über Kontakt. U3-2-0 blau, äh, braunes Gebäude, Wellblechdach ein, bekämpft vor, davor. So verstanden. Gebäude, wo ihr drin seid, ist clear. Kommen. Ja. Jack, dann wieder raustreten und bei mir sammeln. Ich bin, äh, südseitig des Gebäudes. Blau, hier weiß. Ich bin da. Kommen. Hört, kommen. Ja, dein Auftrag. Du räumst weiter auf deiner Straßenseite auf. Ähm, bis zu Häuserende auf der Seite reichst. Kommen. So verstanden. Kommen. Gut, wir gehen links weiter. Geil, Ende. Schwarz hier weiß, kommen. Schwarz hört. Ja, sobald du komplett wieder fit bist, verlegst du von hier aus Richtung Norden und nimmst die Parallelstraße zur Hauptstraße Richtung Westen bzw. Südwesten. Kommen. Schwarz verstanden. Kommen. Die Reime ist vorerst los. West los. Öffner. Kreuz bleibt hier in der Ecke in Stellung. Kommen wir nicht zu, nein, zurück, 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 zurück. Genau. Passt. Gut dran. Okay, die Linke. Fahri, dein Weg ist links wieder. Öffner, gehe links. Weiß eins, jeweils vier, verwunderten Sammelnest, äh, leer, Ende. Dann die. Öffner. Rechts sauber. Links clear. Kreuz hast du gesehen, kommen wir links, schön weiter. Äh, ja. Beide gesehen, sagt. Check. Also bis an Ortsausgang. Kurz, dann raus, und wir gehen links, weiter. Jo. Soll ich Point machen? Jo. Sieh, es war passender, also. Rechts Gebäude. Ausgang dürfte an Straße sein. Check, dann links halten. Alpha Mike Sebel, geht hier rechts rein. Check. Ja. Dran. Okay, Tür. Dran. Tür, noch eine Tür. Schwarz, rein, bin ich komm. Schwarz, rein, bin ich komm. Okay, ein IKA. Alles gut hier. Sammeln einfach, Wunetten sammelnest. Check, dann nehmt diese, kleinen Blechhütten weg. Ich bin ich. Komm aus. Mit dran. Einfach abkämpft. Sehr gut. Fresse. Genau, okay, los. Fresse. Fuck die fuck. Kreuz, noch da? Ja, das ist links weg beim Schauen Blau, hier weiß, wo hast du Kontakte? Hier weiß, hab Kontakte in Gretz 093144 Markant, letztes Gebäude An der Straße, Südrichter von Wärser möglich, kommen 093144, da ist kein Gebäude Präzis, du machst mal wahr, genauer Ich vermute Kontakte in 093144 Meine Position 093145 Letztes Gebäude, Südseitrichter Straße, kommen Markiert mit rotem Rauch aktuell Die Leute befinden sich in einem Mausfeld Ah, du markierst Pankgebäude richtig Negativ, Kontakte nicht im Gebäude, sondern auf Freifläche südlich des Gebäudes, kommen Verstanden Kreuz am Boden Scheiße Alfred, ich bin mit Kreuz hier in diesem Gebäude drin Wir gehen fort zum letzten Gebäude, wo ist Kreuz? Hier, hier, bei mir Ich bin am Kopf Ich mach die Arme Zebel zurückziehen, ein Gebäude östlich Die sind ja immer noch auf dem Feld draußen, Vorsicht Ja, genau, die sind auf dem Scheiß Frage, eigene beim roten Rauch Feins beim roten Rauch, vor allem südlich roter Rauch, Maisfeld Alfred, müssen wir nach außen wirken, ich kann nicht vorbei Achtung, bin verletzt Verstanden Aus dem Mausfeld kommen die Sie sind durch den Zaun durch Weiß, ihr blauer, bitte das Mausfeld unter Mersebeschuss nehmen Wir ziehen uns zurück Richtung Osten Kommen Ja Ich hab keine Sicht, du musst etwas korrigieren Ähm, ich feure So, schaut, dass ihr Sicht kriegt und korrigieren könnt Ja, bleiben wir hier, bis die Mausfeld ist Okay, ich mach das, guck, dass ihr Kreuz sicher Stabilisiert Ja Wir schießen Ranging Die Frage, wie liegt das Feuer? Die Frage, wie liegt das Feuer? 50 zu Weiß, korrigieren nach Nordosten, 50 So, Alpha Mike, ich zieh mich mit Sabl zurück und mit Kreuz Sabl? Ja, warte mal den nächsten Einschlag hat, bitte Ja Wenn das okay ist Und du ziehst dich dann auch mit, du folgst uns dann und gehst bei dem nächsten Gebäude in Beobachtungsposition Wäre für die Vorderseite rausgehen, eine Idee? Nein, wir gehen da hinten rum, wir nutzen das schnell Ja, da werden wir aber vom Krieger So, los Das waren doch keine 50, man Laufen Okay, wenn das 50 waren, dann nochmal 50, weiter Dann sind wir nach Nord-Ost Weiß hier, blaue Frage, aktuelle Verwundeten Sammelstelle, kommen weiß hier blaue frage aktuelle position verwundeten sammelstelle kommen ja so verstanden verlegen mit einem katal die haben kontakte im rückraum da waren rpg schätze richtung ich gehe rein ins gebäude kreuzer sorry spät dran ich bin da passt danke wir kommen wir schalten im counter mit zu ihrem eigenen schutz kreuz mein gott weiß hier schwarz kommen wir haben soweit die so lassen sich denn alle mal anschließen ja verstanden frage deine position frage wir haben das haus das rot-grüne haus wir können halten kommen ich habe verstanden du bist an der t kreuzung etwa auf koordinate 0 9 3 trennung 1 4 6 kommen korrigiere wir sind in den südlichen umzäunten bereich kommen ja ihr weiß ich habe keine ahnung du hält ich organisiere weiteres ende bloß im long-range auf die karte bist du drauf ja wir waren bis hier der bereich sicher kontakt einfach mal hier hoch hier 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 die ecke so ok karte ja da habe ich mit mir genau und ok gut ist hierher der bereich sicher jetzt allerdings vielleicht wieder unsicher feindliche kräfte hier aus dem maisfeld bis an mauer herangekommen durch holz zorn durchgeschossen möglich dass die da wieder einfließen ok hier und kontakte gut dann ist doch gut wenn ein vermerkert die straße überwacht ja die kontakte sind dann links ja gut deshalb sollte die straße machen dass sie versuchen die straße übertreten dass sie das nicht können ich glaube wenn dann vor allem ich meine links da ist die flanke gut ich dachte jetzt wir waren mit dem 60 mm blank der holt noch mal munition außerdem was hier viel zu kurz er schießt jetzt auch von der position auto noch mal genau und dann holt das auto nach da habe ich noch nicht ganz verstanden wo schwarz rumtreibt aber das ist na los na ja schwarz sollte ach der starke eigener rauch nähe position schwarz negativ das war rauch feind wir haben eine gruppe ein feind im schlöcke trupp stärke die straße runter hier mit roten türen vermute da könnten scharfschütze sein daten sound kassiert kreuzer 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 ich bin jetzt in stellung frage feuer auftrag wie geplant durchführen kommen aus ich vermute eher dann das gebäude jeweils 1 ja da hinten rechts davon ja das ist ja das hat ein paar schöne fenster genau in unsere richtung das war der tut hin am zaun der hat mich erwis gehabt weiss 2 ja quatsch weiss 3 jeweils 1 kann das feuer nach norden so weit verlegen dass du die südrand der ortschaft triffst wir sind der abstand für raus die schilder kreuzer 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 im gehirnfilter wir müssen das trainieren dass der filter weniger ja ich weiß ich kann nicht erholt machen vorher liegt gut genau den beschlossenen eine granate durchführen wird erstmal halten kommen eine granate oder zwei granate weiter auswärts verstanden frage können wir mörserfunk auf die sechs legen um infanterie funk für meldung im nahbereich freizuhalten wie gut dass du das funks während ich neben dir stehe nein können wir nicht weil er hat keinen sechser ich wusste nicht wo du bist ja nach den letzten granaten dann verlegen zu mir gut alfred welcher von den leuten ist am boden der kreuz kommt gerade der ist durch gut dann dann zurück zum alten auftrag diese häuser wieder nehmen gut sollen wir dann gleich weiter und gebäude hier in kurve nehmann halt mal wirklich bis da ich muss halt jetzt irgendwie wieder schwarz fit kriegen damit die dann weiter angreifen können die rum darum hauptsache ja verstehe die position zu halten ziemlich bescheiden ich habe hier fenster raus keine fenster raus wenn wir da was ran rückt bin ich wieder im arsch wie vorher frage kann ich dieses gebäude zusätzlich nehmen und von hier aus sicherung aufbauen ja das machen wir so gut wir gehen wieder durch unser rotes tor dann links am zaun vorbei marsch marsch schwarz jeweils markiert ich war also auch auf die straße rechts da kam gerade im schluss rein dass wir zurück ok hier schwarz markieren und mit grünem rauch da fällt meine munition vorbei gut wir prüfen noch einmal grob alle gebäude ob uns da wieder einer reingelaufen ist selber kannst du in das weiße rechts von uns schon also check holy shit fünf meter sehr schön gut gut alpha mike hält außensicherung ich gehe in das gebäude rein ein zweiter mit mir mit schwarz hier weiß ich schicke dir in zanni mitten im auto wenn du versorgen während hast dann weiter auftrag ausführen achtung letztes gebäude auf deiner straße linkseitig ist dann schon verbläubt ok wir können weiter naja nur geprüft folge vor ja die tür war rechts nur ich gehe mit ja ok clear clear check gut ja doch nicht so optimal wie ich mir das vorgestellt habe ja blau wieder letzte gebäude an straße erreicht ich würde straße überspringen und auf anderer straßenseite in sicherungsposition gehen kommen 107 folgt mir war ja ich mache das lieber von da drüben als von hier direkt im lagerreis wir bewegen uns jetzt wo ist ein zaundurchbruch richtung 020 gut und wir nehmen erst erst dass das gebäude schaut dass es sich deckung richtung zu Dann geht das ja. Hast du da was? Ne. Drücke vor. Blau, wo hast du Kontakte? Wo habt ihr Kontakte? 3-4-0, Grundesgebäude. Vor an die Ecke. Der links zu dir. Reutz, bist du noch da? Ja. Das musst du noch abreißen lassen. Alphamec, pass auf, rechts hier bist du offen. Dann sind die Fenster. Wir nutzen jetzt den Nebel. Wir nehmen jetzt das Gebäude an dem wir stehen. Los rein da. Rechts von die Alphamec ist Tür. Ihr weiß. Setz mal an auf dieses scheiß Gebäude. Ich unterdrücke. Ja, Jack. Ich muss vorher das Gebäude nehmen an dem ich stehe. Sonst habe ich das noch im Rücken. Kommen. Okay. Verstanden. Kontakt. Nice. Ich drücke nach hinten raus. Alles gut. Gut, wieder da raus, wo wir rein sind. Okay. Wir blauen Meldegebäude an dem wir waren genommen. Wir nehmen jetzt grünes Gebäude. Ich stoppe auf dein Befehl. Check. Check. So. Seht ihr wohl den Zaun durchbruch? Können wir links durch oder rechts? Ja. Ich würde links durch. Links rum. Links rum, bitte. Von rechts wird unterdrückt. Ich gehe links rum, spring los. Jo. Magazin. Springer weiter. Bewegen, bewegen. Gehen. Hier ist öffnung. Einfach durch den Stuttgart. Ich mach durch deinen Aufklag weiter aus. Stopfen. Wir nehmen Gebäude. Fake out. Der war im EG. Fake drin. Schwarz wie weiß. Habe ich mit. Rücken vor. Gehempft. Red sauber, diese Treppe Tür unten Check Kreuz, mach mit, Alpha Mike, Tür 107, ich bin auf der Hauptstraße mit der 105 Fahrt mal dahin Spätchen Check Ja Rechts sauber, links sauber Check Ich hoffe nicht die andere Ja, ihr wer ist 3, wer das für uns kommt Rechts sauber, es gibt 3 Links frei Ja, verbringt mal Starzik auf der Hauptstraße zur 105 Gibt es da noch eine Türe nun? Ja, wer ist 3, verstanden Hier vorne ist 3, Gebäude gesichert Hier blau, grünes Gebäude genommen Verstanden, halten Trennung, Schwarz Weißt du welche, grünes Gebäude, blau genommen haben Kommt Negativ, keine Sicht So, wir gehen da rein, gehen in Stellung Schwarz, sicher reicht Ende Kreuz, hier gehts gut MDA, so lala Ich überleb's Mike, ich packe dir gleich Munition noch rein In das Moon? Nice So Ja, für die Pistole Ja Ja Ich hab grad einen ganz kurzen Herz gepackt gesehen, hab ich den BTR da oben sehen Gut, du hast keine MG Munition mehr Mike, oder? Ich hab noch 10 oder 15 in der Box Okay Okay Der stellt dich trotzdem im MG daher, das schreckt vielleicht den Feind ab Ich hab noch 5, Magazine 556 Ich hab hier 10 oder 15 in der Box gepackt Ich hab hier 10 oder 15 in der Box gepackt Wenn du das möchtest Check Wer ist denn nicht eignet? Gut Wer hat da noch halbwegs Munition, Seppl? Ja Gern das Fenster hier, Sicherung Südwest Ich hab noch, wenn du brauchst, ne? Ja, Overwatch geben für Schwarz 1 zu 7, wir stehen im Feuerkontakt Drückraum Oh, sorry Verstanden Frage Kriegt er's gebacken? Ich hab ein bisschen Overwatch auf das Gelb 1 zu 7, positiv, wir haben bekämpft, komm Sehr gut Na gut So, jetzt müssten wir dann ein wenig über das Reine Face Rider Wieso? Schmerzen Geht auch hier lang Ja, halt hier Ende ist 4 von 10 Okay Es ist mir egal Also, erreiche einfach das Ortsende, mit dem Westen Werte dich, wenn schlimmer wird, ich bitte jetzt erstmal nichts Ja, links geht's auch weiter Ja, links ist halt der Zaun Nee, dann gibt's übernicht, ich komm klar Okay Dann gehen wir halt kurz hier auf die Straße Ja, dann gehen wir zurück auf die Straße Auf der Halten uns, dann bleiben wir auch auf der Rechtsseite Achtung, ich kreuze Ich häng mich ran So, Kreuz Blau, ihr Weiß Ich häng mich an schwarz ran Vielen Dank Bitte Check Hast du was abgekriegt noch? Einfach? Ja, dann bleiben wir so Ja, das wird schon seit der Warmdelfen Viel gut Aber ich bin auf einmal auf den Ecke Lägen Der ist hier Aber ich bin auf einmal auf den Ecke Ja dann kann ich da zu einem Ecke Ja Also die răngern uns dann auf der Ecke Ja, faszin B 바�m auf Blau, ihr Weiß Nachziehen verstanden blau stellung in gebäude verlassen bei mir sammeln an westlicher seite grünes gebäude schwierig ja schnell da drüben nachschauen du hast 20 sierras eifried seppel seid ihr grün ich gehe auch kurz mit rüber nein kannst du mich kurz nehmen ja ich muss kurz vorbei ich muss kurz vorbeien 107 auf meine position vorziehen ich glaube es war nur 107 ja stand bei äh infanziv fast grad munition aufkommen hier blauer wir bewegen 20 sierras auf deine position verstanden wenn du im auto bist dann einfach aufschützen und ach bist du nicht danke kein problem seppel alpha mike aufsitzen auf fahrzeuge ihr verlegt der fahrzeugen vor der rest wir bewegen uns richtung 240 marsch marsch ja blau ihr weiß folge auftrag du nimmst das zwei steckige zweieinhalb steckige gelbe auf der linken verstanden seppel alpha mike absitzen links gleich rüber auf die linke seite ja ich hab ich bin wieder gut so auf der seite sollte eigentlich nicht sein nachdem sich da schon schwarz rechtzeitig bewegen hat können ja ich halte hier rechts ihr sichert das gebäude wer dran ich glaube links um ja ja aha dran treibern oben verstanden tür öffner öffner ok check clear 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 komm raus check so wir haben noch ein gebäude richtung 220 das ist dann links ja lass uns ran gehen selber ich bin rechts von dir blau schwarz ihr seid auf gleicher höhe das gefällt mir links ist gut rechts sauber ist gerinnen links ich hab links freie fläche links sauber gebäude klee gut ihr schwarz kommen rüber zu blau nein du überwachst weiteres vorgehen von blau der macht auf der linken straßenseite weiter gut wir gehen hier links raus schwarz überwacht ja ja er ist zwar schier über die macht das Sinn drüber springen aber wir bewegen sich vielleicht zu dem umspann-spannturm ah das ist das ding Tür links so ich halte hier bewegt euch runter an das gebäude sauber wo hin rund an das gebäude ich kümmere einfach mit dir den befehl aus ja hier keine sorge das ist eigenes feuer wir vernichten feindliche panzerfahrzeuge gleich ans gebäude ran und sichern schwarz hier weiß du übersteckst blau nimmst jetzt das gebäude auf linker hier schwarz verstanden besetzen das grüne gebäude ok komm nein das dahinter das ist einfach eine blockhütte mit blechdach zu verstanden Ende ich sehe die straße und noch eins glaube ich die straße runter links ja das ist jetzt fast zu einem Gebäude gesicht last button at least gut alpha mike du gehst hier an der straße bitte in stellung roger gut der rest folgt mir links an alpha bei vorbei Richtung brauner blockhütte falsch alfred das nimmt schwarz ah das nimmt schwarz ok ja gut dann bleiben wir hier in stellung genau auf hinter alpha mike vorbei oder ihr kreuzt einfach nicht leute was haltet ihr davon ja nicht deine machen sie nicht mal so gut gut alfred ich brauche eine sicherung in diese richtung ja jack ja ich lass gerade die fahrzeuge schon nachziehen hey was ist das da vorne links äh hinterm linken dreieck straßenschild ich hab äh fenster in die richtung also haben wir da fenster perfekt dann geh hier aha wunderbar passt gehen wir hier in stellung ja seppl verlegen ins gebäude unterstützt die sicherung von kreuz läuft ja nein link ist hier ist schwarz ins gebäude gesichert komm jeweils verstanden ja blau schwarz jeweils ja blau ja ja jeweils ähm lage wir haben ordnstoff genommen äh ich lass BMP und BTR vernichten sieben fahrzeuge nach äh und dann verlegen wir zurück zur basis eurer aufträge ihr haltet stellung in eurer derzeitigen schwarz Schwerpunkt Südwesten blau Schwerpunkt Südosten Schwerpunkt Schwerpunkt dann kurzen Entschwerpunkt zu los blau verstanden ja aber wenn das grad nur halb hoch wird alle aufsitzen äh Marschortung herstellen Sicherung abbrechen Blau Sicherung einziehen Blau Sicherung einziehen wir sammeln uns beim Fahrzeug Schwerpunkt wir haben mal hier auf meinem Platz ins Marsch also ja Kurze Flogen ich aufsitzen Wir sind alle rutsch Wir sind alle rutsch 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 Schwerpunkt Schwerpunkt Ja Blau Schwerpunkt Schwerpunkt Fluch Schwerpunkt Rutsch ... und... 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 Okay... Alpha, mach ich alles in Ordnung? Ja natürlich, ich mach nur Anlang und nach. Schwab sitzt. Wo die Posen? Schwab sitzt. Weiß hier blau, haben alle aufgesessen. Verstanden, unser Auftrag. Bier trinken in der Basis. Dazu, im Kolonnenmarsch verlegen. Marsch Geschwindigkeit 40, Aufwurgeschwindigkeit 60. Ansonsten überhaupt nichts verändert. Fahrzeug 2 bestätigt. Taucht ja. Eins fährt. Hexel. 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 Entschuldigung. Hexel. 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 Hexel.